So, ja, Hallöchen, da bin ich wieder, wieder zurück mit Minecraft. Ja, was anderes mache ich eigentlich nicht. Was war das? Ah, wie liebt denn das so ein Block rum? Ja, kann ich aufnehmen. Okay, da fliegt eine Fledermaus und ich muss mich gerade ein bisschen orientieren, nämlich... Ist jetzt länger her, dass ich nix kam. Wie ihr seht, hier unten ist das ganze Ding, wird angezeigt, was ich gerade in der Hand halte. Leicht irritierend. Ich hab's jetzt mal angelassen, kann ich's zwar auch ausschalten, aber hab ich einfach mal angelassen. Das ist für die 1, also Option für die 1, 4, 6. Sind wir schon drauf, deswegen ist, wie euch vielleicht aufgefallen ist, Smart Maus Mod ist nicht drin, also keine tollen Geräusche. Und Inventory Tweaks ist auch nicht drin, deswegen muss ich euch jetzt wieder alles mit Hand sortieren, bla bla bla. Voll mies. Okay, jetzt. Ich wollte ja eigentlich über den Weltuntergang labern, aber da bin ich ein bisschen spät dran. Den haben wir schon alle überlebt, oder weil, weiß auch nicht. So, und ich baue jetzt einfach weiter, was ich heute schaffen will, nämlich ist hier fertigstellen. Und ich hab mir jetzt überlegt, weil das ganze Ding wird noch auf die Seite gespiegelt. Deswegen, jetzt muss ich... Bäh, okay. Deswegen, ich baue einfach hier noch fertig alles und hier und hier baue ich fertig und dann mache ich offline, also nicht in der Aufnahme, spiegele ich das alles rüber, so dass wir nicht einfach nochmal 20 Folgen hier mit ausheben und allen verbraten müssen. Okay, das heißt aber nicht, dass wir hier jetzt nicht schön die Steine reinhauen. Heute ist ja, wenn ihr das seht, müsste der 23. sein. Das heißt, ein Tag vor Weihnachten, morgen ist dann Weihnachten oder Heiligabend. Weihnachten geht ja noch am 25. und 26. weiter. Zumindest die Weihnachtsfeiertage. Das war ja auch früher, war Heiligabend ja auch... Ne, Heiligabend nicht, keine Ahnung. Irgendwie war Weihnachten da am 25. in der Früh, glaube ich. Oder irgendwann am 25. Jetzt halt am 24. weil wir uns alle nicht gedulden können auf die Geschenke. Irgendwann wird es dann am 1. Januar sein. Ja, die irritiert mich voll, die Fledermaus. Dann hier rum, dann zwar hier und hier rum und... Hier und 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 hier und... Ah, puh, haben wir noch. Und hier. Und dann hier und 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 hier und... Ja, da und da. Und hier fehlt... Ah, genau, falsch rum natürlich. So. Ah, ne, hier noch. Jetzt sind wir ja bald fertig, was ich danach machen werde. Also danach werde ich... Erstmal wieder ein bisschen mit Shadern spielen, weil dann will ich wieder an die Oberfläche. Also wenn das hier fertig ist, will ich erstmal was an der Oberfläche bauen und so ein bisschen erkunden vielleicht auch. Dann will ich noch in Neta auf jeden Fall, will ich auch bald. Und wir müssen bald wieder Rohstoffe farmen, weil das wird hier so riesig. Da haben wir dann so viele Kisten. Da wissen wir gar nicht mehr, wohin mit den leeren Kisten. Okay, jetzt muss ich hier mal schauen. Das sind 1, 2, 3. Das heißt hier 1, 2... Ja, noch eins rein. Ey, die Fledermaus wird gleich umgelegt. Die nervt mich grad. 1, 2, 3. Und dann... Dann ist das 1, 2, 3. Das hieße, hier muss weg. Nein, kein Brot. Sandstein. Und hier kommt der nächste Pfosten hin. Ach du Scheiße. Ach, Fledermaus, weg. Wie ihr vielleicht merkt, ähm... Mein Hals hört sich nicht so gut an, keine Ahnung. Erst halt heute früh, jetzt wollte ich heute aufnehmen. Und dann, äh, mein Hals. Aber habe ich dann trotzdem aufgenommen. Darf ich jetzt nicht zu viel, zu laut labern? Zu viel Scheiße labern? Ach, muss ja eh komplett raus. So, das hier weg, das hier weg. Jetzt habe ich vergessen, einen Timer anzustellen. Genau, ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Hallo? Nein? Du nicht? Steht da was? Da kommt jetzt wahrscheinlich gleich ein Creeper runter. Und haut mir alles hier weg. Aber es soll uns ja erstmal egal sein. Hallo? Hier. Hier, hier. Hier. Und hier. Oder? Auch hier kann ich dann Pflasterstein reinhauen. Weil hier, hier, hier und hier. Das stimmt jetzt, oder? Ja, hier fehlt noch ein bisschen Ding. So. Genau. Hier, 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 hier. Ich überlege jetzt immer ein klein bisschen länger, weil ich einfach alles gleich beim ersten Mal richtig machen muss, damit ich es nicht noch zehnmal abreißen muss. Ach nee, da kommt gar nichts hin. Ach nee, da kommt gar nichts hin. Warum eigentlich nicht? Ach, du, brauchen wir da viele Fackeln. Weil das muss ja, jetzt hat es gerade gerüttelt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. So, dann hier. Wie machen wir es hier? Ach komm, hauen wir hier auch mal zwei Fackeln hin. Wir haben es ja, wir haben es ja, die ganze Kohle. So, hier und jetzt hier wieder Stein abbauen. Schön langweilig. Boah, in der Let's Show Welt, also ich nenne es jetzt einfach mal Let's Show Welt. Ja, die, wo ich schon mal eine Let's Show dazu gemacht habe, laufe ich gerade mit einer Spitzhacke. Also, ich hebe einen Tunnel außen unterirdischen, kurzen, latsche ich gerade mit einer Diamantspitzhacke. Effizienz 3, Haltbarkeit 3 rum. Das merkt man schon, den leichten Schnelligkeitsunterschied. Hallo? Hallo? Wackel, wackel. Hallo? Jetzt ist aber gut. Oh man, die 1.4. Oh, haben wir noch eine? Ja, puh. Bin jetzt voll irritiert, weil Inventory Tweaks wurde noch nicht geupdatet und jetzt ist voll, muss alles per Hand nachlegen. Jetzt bin ich immer voll irritiert. Ist ja eigentlich ein sehr guter Mod, muss man sagen. Der hilft wirklich sehr. Hintergrundmusik. Ach komm jetzt. Oh, Eisen, 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 Eisen. Popeisen. Ne, wir wollen nicht nachmachen. Wollen wir nicht. Ausnahmsweise mal heute nicht. Jetzt bau schon ab, schneller. Ey, das geht ja mal gar nicht. So, 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 so. Nein, wir müssen noch reinzureinen. Aber erst mal Eisen abbauen. Hallo? Oh, ich weiß, dass es eine Eisenspitzhack ist. Außerdem. Das irritiert wirklich leicht. Das schalte ich dann mal ab. Jetzt schaue ich gerade mal, ähm, wie lange ist es schon auf? Acht Minuten, das heißt, vier habe ich noch. So, hier, hier, so viel Eisen. Nein, das wollte ich nicht abbauen. Mensch, die Maus hakelt gerade ein bisschen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ein starkes bisschen. Bäh, genau das meinte ich mit. Die Maus hakelt. Weil hier muss ja eh Sandstein rein. So, haben wir hier. Was war das? Keine Ahnung. Egal. Nee. Doch, so stimmt, oder? Ja, so stimmt. Hier, 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 hier. Alter, schon wieder. Was ist denn hier los? Bilde ich mir jetzt nur ein oder irgendwie so ein Rauschen oder so? Oder ist das wirklich im Spiel? Mensch, ich werde schon paranoid, oder? Nee, das nennt man doch, doch paranoid ist doch das, wenn du irgendwie, was sind das da? Ängste vor irgendwas hast oder dir irgendwas einbildest oder so. So ähnlich halt. Irgendwie, keine Ahnung. Einfach mal mit Begriffen um sich schmeißen und keine Ahnung haben, was die bedeuten. Aber Hauptsache, du schmeißt mit Begriffen um dich. Die irgendwie wissenschaftlich klingen und klug. Und wir sind schon Level 19. Irgendwann müssen wir auch mal enchanten. Ja, müssen wir auch bald machen. Ich schätze mal hier das ganze Zeugs für enchanten, braun und so, kommt auch sicher. Braun mache ich persönlich nicht so viel, enchanten, also verzaubern. Ich sage, ich bleibe mal beim Deutschen lieber. Verzaubern bleibt eigentlich sehr viel, mache ich sehr viel damit. Finde ich auch eine sehr gute Neuerung. Hallo. Und da werden wir auch im Let's Play wahrscheinlich sehr viel machen. Und da kommt es eigentlich fürs Let's Play gerade richtig, dass du auch durchs Abbauen von Kohleärzen und so Dings, also Experience bekommst, weil jetzt die Maus. Hilft einfach extrem, musst nicht so viele Monster umlegen und so. Was mache ich jetzt eigentlich gerade? Achso, ja, hier, das muss noch gemacht werden. So, hier der Sandstein, oder? Äh, haben wir noch ein bisschen was. Es wird aber knapp, wenn die Decke auch noch rein soll und hier noch ein Boden. Ja, wird knapp. Hallo, Fledermaus. So, hier, 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 hier. Hier und dann hier und hier und hier und hier und hier. Fackel, Fackel. Jetzt haben wir keine Fackel. Kohle fehlt. Ach, die hole ich mir denn da aus der Decke. Jetzt mache ich erst mal hier. Nee, ich laufe gleich hoch. Kann ich mir auch ein bisschen Holz holen und was wollte ich noch? Was wollte ich noch holen? Ich weiß es gerade gar nicht. Steht da was? Nö. Aber da lag ein Stück vom toten Zombie, habe ich gerade gesehen. Aha, toter Zombie. Zombies sind eh tot. Nee, ähm, was? Genau, nee. Keine Holzstufen. Holz einfach so, ganz normal. Hallo? Normales Holz. Fichtenholz, Tropenholz, Stein. Haben wir kein Holz mehr? Hallo? Ah, doch, da. Das ist aber extrem viel, muss ich schon sagen. Kakteen. Ey, das ist ja richtig viel. Ich nehme mal Eichensetzlinge mit. Und dann... Kohle nehme ich auch mit. So. So, geh runter. Jetzt nochmal schauen, wie lange die Folge noch geht. Die ist schon fertig. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Kommentar oder Bewertung freuen. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.